Ihre Verhaltensregeln beim Helikopterflug Rauchen, Feuer und gefährliche Güter sind verboten. Passen Sie auf lose Gegenstände auf. Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder und Tiere. Lange Gegenstände waagerecht halten. Halten Sie immer Abstand zum Helikopter. Pilot- und Flughelfer weisen Sie an. Sie nähern sich nach Aufforderung und halten Sichtkontakt. Nähern Sie sich von vorne oder der Seite. Niemals von hinten. Ein- und Aussteigen von der Talseite. Immer gebückt. Bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt. Die Türen werden vom Personal geöffnet und geschlossen. Im Notfall bewahren Sie Ruhe. Öffnen Sie selbstständig Türen und Gurte und verlassen Sie den Helikopter. Kontaktieren Sie den Notruf. Sie kommunizieren über Kopfhörer. Bei körperlichen Beschwerden informieren Sie den Piloten frühzeitig. Für Gebirgstouren, Wander-, Trekking-Schuhe und warme Kleidung einpacken. Handys sind erlaubt. Fotografieren und filmen Sie gerne. Viel Vergnügen bei Ihrem Flug. Wir wünschen Ihnen ein unvergessliches Erlebnis.